Herzlich Willkommen bei Greifer Company und zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Um die ganze Sache nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, werde ich natürlich direkt einfach mal ein Spiel starten. Und dann würde ich sagen, geht das hier auch gleich los? Gegner dürften sich ja relativ schnell finden lassen. Da ich ja schon im Ladebildschirm bin, kann ich davon ausgehen, dass auch schon alle da sind. Und dementsprechend nur kurz warten, dass das Spiel startet. Und dann hoffen, dass ich nicht innerhalb der ersten 5 Minuten draufgehe. Und dass das Spiel einigermaßen leckfrei läuft. Ich höre schon, die ersten Leute durch die Gegend laufen, das ist schon mal gut. Bildschirm habe ich zwar noch nicht, aber wenn ich sie laufen höre, ist das schon mal ein guter Anfang. Oh ja, da bin ich auch schon. Die schießen sich natürlich alle schon mal über den Haufen, das ist ja normal hier. Ich kann mir dann auch die schönen Schuhe aufheben. So, aus Spaß an der Freude. Bringt sowieso nichts weiter, aber ist auch egal. Die stehen jetzt hier alle rum, Rauchgranaten haben sie auch schon in der Gegend umhergeworfen. Na ja, was sollen sie mal machen? Das Spiel startet ja in 20 Sekunden und dann kann ich hier mal schauen, was dann so noch Phase ist. Ja, dass die sich hier mal am Anfang gleich abschießen müssen, total grundlos und sinnfrei. Das ist ziemlich lästig, aber na ja, was soll's. Wenn die das brauchen, sollen sie es machen. Das ist natürlich die große Frage, wo springe ich ab? Ich könnte jetzt hier bei dem Flughafen abspringen, aber ich glaube, das werden viele tun. Und dann ist meine Lebenserwartung nicht besonders hoch. Ich würde sagen, ja hier springen schon relativ viele ab. Ich kann aber in den Laderaum gucken, wie viele hier noch sitzen. Ein paar sitzen noch. Oder noch relativ viele sogar. Ich persönlich würde sagen, ich springe jetzt hier ab. Und dann werde ich mal schauen, da ist auch noch einer runtergesprungen. Wo werde ich denn landen? Wo gefällt's mir? Große Frage. Ich nehme das einzelne Haus hier. Und von dort aus werde ich mich dann versuchen durchzuschlagen. Wir hoffen natürlich, dass jetzt nicht noch mehr auf die Idee kommen. Wir gehen mal zu dem einzelnen Haus da. Aber bis jetzt schaut's ganz gut aus. Jetzt ist es wieder ein bisschen laggy. Das ist nicht so schön. Es ist echt nicht schön, dass es jetzt laggt. Das finde ich echt traurig. Kann ich nämlich nicht kontrollieren, was ich hier tue. Ich hoffe, dass das gleich aufhört. Jetzt bin ich natürlich wieder abgekommen von meinem Kurs. Gehe ich zu dem Haus dort oben? Das sind ja hier ein paar mehr. Da werden dann wahrscheinlich auch ein paar mehr Sachen rum. Hoffentlich. Wenn ich es denn schaffe zu landen. Okay. Dann einmal zu den Häusern. Es wird schon geschossen. Ziemlich in meiner Nähe. Die Schüsse waren sehr laut. Ich sollte mal zusehen, dass ich zu den Häusern komme, um eben Deckung zu haben. Ja, wenn es nicht so laggen würde, wäre das viel schöner. Also am Anfang sah das nicht so laggy aus. Jetzt ist es natürlich wieder extrem laggy. Was die ganze Sache sehr schwierig gestaltet. Ich gehe jetzt mal in Deckung und warte darauf, dass das hier mal ein bisschen lädt. Die ganze Umgebung. Guck. So, da liegt schon Toter. Ich gehe mal schnell ins andere Gebäude. Da ist die Tür auch schon offen. Da gehe ich nicht rein. Muss da rein, wo die Tür noch nicht offen ist. Tür zu. Und jetzt mal schauen, dass ich hier schnell eine Klinge kriege. Sonst macht der mich einfach platt und ich kann mich nicht mal wehren. Oh, da liegt was. Da liegt was. Tür zu. Ach, die Tür zu. Gut. Jetzt mal schnell alles einsammeln hier. Dann die ganze Geschichte nachladen. Und dann will ich mal hoffen, dass ich den Typen jetzt auch erwische. Also hier war er noch nicht drin. Das ist natürlich die Frage, wo läuft er rum? Ich höre ja, wie er durch die Gegend läuft. Ich höre ja die Schritte. Aber ich sehe ihn nicht. Hat das Haus hier noch ein zweites Stockwerk? Nein, ne? Nein. Wenn ich hier in der Ecke bleibe, bin ich relativ sicher. Er wird wahrscheinlich das Haus auch gleich noch durchsuchen. Jetzt leckt es. Das ist schlecht. Da läuft er. Da läuft er. Komm schon, mach die Tür auf. Na komm schon. Macht er nicht? Ja, das hat gelegt in dem Moment, wo ich ihn hätte abknallen können. Das war so miserabel. Einfach nur schlecht. Einfach nur grottenschlecht. Gut. Ich bedanke mich trotzdem bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich das Spiel einigermaßen flüssiger zum Laufen kriege. Und es auch mal schaffe, hier irgendwas gerissen zu bekommen. Ansonsten nur noch. Schönen Tag euch. Macht's gut. Ciao, ciao.